Als ich abgelutscht habe, sagen wir es mal so. Na toll. Ich sag dir lieber nicht, was ich jetzt wieder bin. Ich sag dir lieber nicht, wie es mir gegangen ist, als ich dir gegenüber gesessen habe. Beim Essen oder was? Okay. Das sind jetzt die Restbestände, glaube ich. Die Restbestände? So nett umschrieben, die Restbestände. Das heißt, die Nachwehen heißt das. Ja, sowas von der Art. Oh kacke, ich bin dann gleich dummerweise an den Jeng gegangen. Oh ja, und ich bin direkt bei der, die Ruin kaputt gemacht hat, geil. Ich dachte, die macht ein normales Tod, denn zum Glück ist sie nach links gelaufen. Es ist die Hexe. Die Hexe ist tot. Die Hexe ist tot. Ne, aber das Ruin der Hexe ist tot. Ne, aber die Hexe... Ne, das war ja nicht Ruin, das war was anderes. Ne, ne? Ruin ist noch drin. Na toll. Oh, leck mich, ey. Fuck Hexe. Wo hast du dein Ruin? Ich hol mir das. Satellier... Es war kein Hunted Ground. Es muss was anderes gewinnen. In der Kinderhütte ist ein normales Totem. Ganz, ganz hoch. Das war was. Das war wohl. Zumindest zeig ich da nichts an. Mal gucken. Ja, ist raus. Okay. Ich hab grad meinen ersten Check bekommen. Ich hab grad den Jeng zur Hälfte. Weil hier ist noch Platz. An deinem Jeng oder was? Ja, jetzt nicht mehr. Aber sie kam grad so auf mich zugelaufen. Ich hab zuerst gedacht, die bringt jetzt die Hexe, ne? Ah, da hinten läuft's aber, scheiße. Die ist dir entgegengelaufen. Keine Ahnung warum. Und hier ist einer Jeng. Das bin ich. Komm her, Wackeltitti. Das hab ich jetzt irgendwie weg, oder? Also... Oder ist das, weil ich gesagt hab, das sollte meine zweite Main damals werden, weil die halt so ähnlich aussieht wie ich? Also gut, abgesehen vom Gesicht und von den Haaren und... Äh... Machst du, wir sind so gut durch, sagt er doch. Ja, ja, der war ja schon in der Hälfte fast. Ist hier keiner? Ne, hier ist keiner. Da hinten ist einer. Schrennen wir aus. Worum? Ist hier keiner? Ich frag mich nur ganz ehrlich, was die da macht. Ich weiß nicht, wo die ist vor allen Dingen. Ich hab die einmal gesehen. Ja, zweimal. Einmal hab ich sie kurz gesehen. Einmal, wie sie dann, äh... Hintenrum gelaufen ist. Da, wo sie das Tod hin zerstört hat. Aber bevor sie das Tod hin zerstört hat, glaub ich, ne? Ja. Ach so, die hat ja gar kein Zeitpunkt ist dabei, stimmt ja. Okay, jetzt hast du den einen gehittet. Ja, aber wir haben gleich vier Gems gemacht und die hat noch keinen hingehangen. Ja gut, das heißt nicht, das kann auch irgendein Anfänger sein, der spielt, ne? Okay, ja. Man müsste aber mal langsam einen in der Mitte machen. Ja, ja, warte mal, der hier war ja... Aber in der Mitte ist keiner hier. Ist hier einer? Nö. Bei der Hekila-Hütte war keiner. Ich guck mal hier außen weiter Richtung Tor. Ah, hier ist einer. Die steht da aber so komisch gerade. Hier, lass mich da. Weil ich muss das Ausgangstor öffnen. Dann gehe ich kurz bevor der, also falls wir das hinkriegen, kurz bevor der fertig ist, gehe ich zum Ausgangstor. Es sei denn natürlich, wir müssen jemanden holen. Du hast aber geliehene Zeit, ne, oder? Ja, aber ich muss das Tor öffnen. Das ist das Problem. Und der auch geliehene Zeit? Ja, auf drei. Aber ich muss das Tor öffnen. Das ist ja meine Aufgabe. Ja, dann geh doch hin. Dann geh schon mal zum Tor. Jetzt. Und ich gehe zu der und hole die, versuch die zu holen. Schon. Ist halt scheiße, weil ich muss die es öffnen, ne? Nur öffnen? Dann musst du... Ja, ich muss es öffnen. Ich muss, glaube ich, nicht entkommen. Also, ich meine, ich muss nur öffnen. Aber sie ist gerade runter, das ist schon mal gut. Ich weiß nicht, ob du sie geholt hast. Geradeaus durch, ne, war das? Oh, sie hat ihn holt. Scheiße. Ja, das war ich. Pstst. Sie hat ihn holt. Deshalb, deshalb... Ne, das ist doch scheiße. Ist sie noch bei dir? Ne, die will ich alle haben jetzt. Die andere hat sie auch. Halt dich bloß hoch. Ja, ja, die eine ist hier. Die will mich... Die kommt aber wieder zurück. Oh, das willst du nicht schaffen. Das schaffst du nicht. Ich gehe zu der anderen, ja? Ich versuch. Ich versuch. Aber ich werde nicht hin kommen. Ne, das geht nicht. Nein! Ich konnte die Palette nicht ziehen. Ich bin in der Palette, aber die wird mich hier holen. Ne, die holt nicht. Ne, die holt nicht. Ja, ne, holt nicht. Du hast aber nur einmal gehangen, oder? Ich habe noch gar nicht gehangen bei der. Ja. Na, noch Killer Killer. Super. Ja. Und die Scheiße macht dir jetzt hier Fallen hin, ne? Unten ist eine Falle. Oben ist eine Falle an einer Palette. Oder ihr geht raus. Komm, geht raus. Wir sind alle bei dir. Also wenn, dann ist das jetzt unser Todesurteil. wenn du dich umbringen willst. Naja, das bringt es ja nicht irgendwie. Ähm, aber die anderen sind nicht bei mir. Also ihr seid sehr weit weg. Also ich weiß nicht. Die eine ist am Ausgang hinten. Einer kommt zu mir gestichen, der andere geht zum Ausgang. Ne, braucht sie hier hin? Habt ihr das Tod denn vielleicht gefunden? Weil der hat da so rum gemacht. Achso, die hat ja immer noch ihn holt, ja. Die hat ja ihn holt, ja. Das Problem ist, hier oben wird garantiert auch schon eine Falle. drin sein. Aber du kannst nicht ein bisschen... Ne, die Falle ist unten. Aber ich muss jetzt druggeln gleich. Ähm, die andere, die kommen nicht runter. Die... Ja, jetzt gehts lang runter. Ja, die... Ach, die ist so blöd, die ist da durchgelaufen. Nein. Du hast aber geliehene Zeit, wenn es in der Nähe ist. Ich war nicht da. Hä? Wo war sie? Wo müssen wir hin? Zeig mir den Weg. Baby. Ah, sie ist hier irgendwo. Pass auf. Hinter uns. Lauf vor, lauf vor. Lauf vor! Nein! Ich... Ich hab... Du hast geliehene Zeit, aber du bist 0. Hey, geh, geh raus, geh raus. Ich hab noch über die... Ja, was hat mich jetzt? Nein, komm, komm. Scheiße, ich kann. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich hab noch einen Strike. Ich kann noch... Ich krieg da raus. Ne, ich komm nicht hin. Scheiße. Bis dahin komm ich nicht. Ja, ich hätte nur öffnen müssen. Stand auch drin. Scheiße. Ne, die gehen jetzt alle raus. Es reicht nicht. Das Kriechen reicht nicht bis dahin. Und die anderen sind raus. Die Zeit, ja. Scheiße. Die Zeit läuft ab, vorher. Ne, die gehen jetzt alle raus. Na, scheiße. Wieso hat die dich nicht aufgehoben? Also die Hexe jetzt. Ja. Jetzt ist es eh zu spät, ja. Ne, zu spät. Ja, die andere soll rauslaufen. Jetzt ist sie auch raus. Fuck. Ja, ich hätte sonst nie das Tor geöffnet, aber ich musste das Tor wegen dieser scheiß Quest ja öffnen. Ist das kurz so... Ey, das ist ätzend, ja. Naja. Jetzt habe ich quasi dein Todesurteil unterschrieben, weil ich es öffnen musste. Weißt du? Knack. Das war dein Genick. Das war alles. Irgendwie alles verdreht. Ich sehe, so mein Arsch hängt auch anders. Ne, irgendwie, weiß ich nicht. Sieht komisch aus. Ach. Big Oof. Ja, wegen dir jetzt, ne? Großes Seufzen. Hä? Wo? Was? Wie? Ja, GG. Big Oof. Big Oof? Also ich sehe nur... Ich sehe nur... So. Ich sehe nur GG. Du siehst, das war aber ein 17er Killer. Ist schon logisch, dass das vielleicht nicht alles so gut läuft, weißt du? Na, aufgezehrte Hoffnung hat er noch dringend gehabt, was vorher weggemacht wurde, als erstes. Ja, und Not und Ruin. Ja, gut, Ruin ist ja sowieso von ihr. Okay, aufgezehrte Hoffnung ist auch von ihr, sehe ich jetzt gerade. Ja. Ich wollte aber noch so das perfekte End mit Schaden. Ich habe aber genug Punkte gekriegt. Mal gucken, was ich dann... Naja, das ist immer 10. Leider Minus-Pipp gekriegt, obwohl ich eigentlich... Ja gut, ich musste nicht weglaufen von dem. Ich habe nur Gents gemacht. Ich habe die ganze Zeit gedacht, wenn ich dich unten befreie, dann kann es sein, dass ich da bleibe und sterbe, aber du wirst rauskommen. Ja, wenn der da gewesen wäre, aber der war ja irgendwo anders. Der war ja... Ja, ich habe halt nur die ganze Zeit hier den Ausschlag gehört. Den hörst du ja auch, wenn die Falle ausgelost wird. Es ist halt... Du weißt halt nicht, ist der Killer jetzt da oder nicht. Aber ich meine, die war zu weit, um sich hinzuteleportieren, aber ich weiß es halt nicht. Keine Ahnung. Jetzt bin ich traurig. Jetzt war der Tag so schön, jetzt bin ich traurig. Warum? Ist doch gut. Weil ich dich... Weil ich dich... Weil ich dich zurückhaben lassen muss. Ich bin heute so oft entkommen, ey. Heute war... War es echt oft. Mit dir. Oh, das ist wieder... will ich... Ja. Oh, ja. Oh, ja. Ah. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh. Oh, ja. Untertitelung des ZDF, 2020